Das war's für heute. Das war's für heute. Mal sehen, ob wir zur Rückseite des Supermarkts kommen. Gute Idee. Shit. Alles klar? Ja. Guter Wurf übrigens. Danke. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe, vor einem Jahr oder so. Das waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20. War eine steunende Gruppe. Scheiße. Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen. Ich bin ein Rekord. Mehr Runner. Mal sehen, wie's läuft. Ich will die im Mund zeigen. Nee! Vorsicht! Sind das alle? Ja. Sieht so aus. Aber es bleiben noch die im Supermarkt. Gehen wir weiter ums Gebäude. Es muss irgendwo reingehen. Es muss irgendwo reingehen. Komme. Gut, hoch mit dir. Ähm, in dem Dach da drüben ist ein Loch. Hier. Danke. Da. Sehst du? Okay. Mal sehen, wie wir da reinkommen. Drunter. Well. ¡Elli! Alli? Alles gut? Ja. Nichts passiert. Bitte stirb am Alter und nicht, weil du infiziert bist. Ich will die wirklich nicht ins Gesicht schießen müssen. Okay. Cool. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, verdammt. Ich weiß, dass ich das kann. Geh entlacken. Bin drin. Ich auch. Wollen wir Vorräte suchen? Okay. Hey, ich hab Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier, versorg dich. Okay. 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 Oh, shit. Ellie! Hey! Hey! Oh, Scheiße. Fluchte, Klecker. Auf geht's. Super leise jetzt. Super leise jetzt. Oh! 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 Aus den Knien! Oh! 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 Ich habe ein Geschenk für dich. Ich nehme es gern an. Hier. Danke.